Willkommen an der Militärakademie in Wiener Neustadt. Ich bin Oberst Markus Reisner, der Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Theresianischen Militärakademie und heute wollen wir Ihnen ein aktuelles Lagerupdate zum Schlacht im Donbass geben. Am Tag 135, dem 8. Juli 2022. Beginnen wir kurz zur Abholung wieder mit einer Orientierung. In den letzten knapp drei Monaten war die Masse der Gefechte vor allem im Donbass zu sehen. Wir haben also auch Angriffe gesehen im Raum Harkiv bzw. auch bei Kerson, aber die Intensität der Gefechte hat vor allem im Donbass in den letzten zwei Monaten vor allem nicht nachgelassen. Schauen wir uns nun die letzten drei Monate noch einmal im Detail an. Beginnen wir mit Anfang April. Anfang April war die Situation die, dass die russische Seite die Kräfte aus dem Raum Kiew in den Osten verschoben hat, im Eisentransport und dort mit den Vorbereitungen für die Schlacht um den Donbass begonnen hat. Die Vorbereitungen waren vor allem geprägt durch eine Neustrukturierung der Kräfte und durch das Anwenden einer neuen Taktik, eingeleitet durch massive Artillerieschläge und ein langsames Vormarschieren. Am 3. April verlief die Frontlinie ca. 60 Kilometer ostwärts der beiden Städte Slowiansk und Kramatorsk. Wenn wir uns die Karte des 3. April im Vergleich nun zur Karte des 3. Juli, also vor wenigen Tagen, ansehen, so erkennen wir den Geländegewinn, den die Russen in diesen letzten drei Monaten erzielt haben. Und zwar vor allem nordostwärts und ostwärts von diesen beiden Städten Slowiansk und Kramatorsk. Sehen wir uns noch einmal die Ereignisse im Detail von Beginn an an. Nach ca. einem Monat Vorbereitung und massiven Artillerieangriffen war es am 5. bzw. 6. Mai der Fall, dass bei Popasnaya die Russen tatsächlich einen Einbruch erzielt haben. Wesentlich wahrscheinlich deswegen möglich, weil die ukrainischen Kräfte im Zentrum durch die wiederholten Einsätze entlang der Front abgenützt waren. Dieser Durchbruch von Popasnaya, von den Russen die Blume geland, hat sich in den nächsten Wochen ausgeweitet. Wir sehen das hier an der Karte gut, am Vergleich der Ereignisse knapp einen Monat später, am 24. Mai zum 29. Mai, wo man erkennen kann, dass diese Ausweitung bei Popasnaya immer mehr dazu geführt hat, dass der Kessel eingedrückt worden ist. Die Russen dürften den Kessel für mehrere Wochen nicht geschlossen haben, weil sie den Vorteil erkannt haben, dass die Ukrainer immer wieder Nachschub, darunter auch westliche Waffen, in den Kessel hineingeschoben haben, wo sie von den Russen leicht zerstört werden konnten. Dazu gibt es auch einige Videos, wie dieses eine Video von einer M777-Batterie, die von der russischen Artillerie angegriffen wird. Wenn wir dann in den Juni hineinspringen, dann sehen wir, dass sich langsam zwei Kessel gebildet haben. Einmal quasi südlich von Severodonetsk und einmal bei Lysitschansk, einmal hier in diesem Raum Solote und nordostwärts davon. Auch hier war es so, dass die Russen Tag für Tag langsam vorgerückt sind und der Druck auf die ukrainischen Streitkräfte immer größer geworden ist, bis diese gezwungen waren, sich zurückzuziehen. Schlussendlich war es dann so, dass die Russen es geschafft haben, was sie in den letzten Wochen mehrmals versucht haben, tatsächlich eine Übersetzstelle über den Severodonetsk zu errichten und somit von zwei Seiten gleichzeitig angegriffen haben, was dazu geführt hat, dass die ukrainische Seite begonnen hat, sich aus dem Kessel abzusetzen. Dass es dabei ziemlich hektisch zugegangen ist, zeigt uns das folgende Video, wo man sieht, dass die ukrainischen Soldaten zwar nicht das schweres Gerät, aber ihr eigenes Leben zumindest aus dem Kessel rätten konnten. Am 3. Juli 2022 war es dann soweit. Tatsächlich gelang es den Russen auch die zweite Stadt Lysitschansk einzunehmen und hier in diesem Bild im Zentrum der Stadt und auch an den Fahnen erkennbar haben wir einerseits die Fahne Russlands, die Erinnerungen Fahne an den großen Vaterländischen Krieg, die Fahne quasi über dem Reichstag in Berlin gehisst worden ist und die Fahne der Teilrepublik Luhansk, kann man erkennen, dass sie diesen Sieg natürlich in der gleichen Art und Weise gefeiert haben wie Mariupol. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Wenn wir uns jetzt noch einmal den Donbass ansehen, so erkennen wir, dass die Ausmaße des Donbass sehr groß sind, beziehungsweise wenn wir so weiter zurück in den Westen schauen, dass also hier noch eine große Distanz zu überwinden ist. Der Kessel von Lysitschansk und Siverdonetsk, der von den Russen eingenommen worden ist, hatte ein Ausmaß von circa 40 x 40 Kilometern. Also relativ klein, wenn man die Größe des gesamten Bereiches betrachtet. Die Frage ist natürlich, wie wird sich der nächste Ansatz der Russen jetzt darstellen? Wir werden jetzt wieder vier Faktoren hernehmen, nämlich das Gelände, die Zeit, Information und Kraft, um eine kurze Analyse anzustellen. Die erste Frage nach dem Gelände. Wenn man sich in das Gelände des Donbass hineinversetzt, so erkennt man, dass es zwei günstige Verteidigungslinien gibt. Eine Verteidigungslinie läuft von Siversk Richtung Bakhmut. Das ist auch jene Linie, wo die ukrainischen Kräfte aus dem Kessel jetzt zurückgegangen sind. Die zweite Verteidigungslinie in der Tiefe, die sich vor allem deswegen günstig darstellt, weil sie wie eine Perlenkette urbane Räume aneinanderreit, geht von Sloviansk, Kramatorsk bis hinunter nach Tortesk. Auch diese Verteidigungslinie würde sich für eine Abwehr des weiteren russischen Angriffes günstig erweisen. Die Frage ist, wie viele Kräfte konnten die ukrainische Seite tatsächlich aus dem Kessel herausziehen und wie viele Kräfte haben sie in der Tiefe jetzt im Einsatz, um den möglichen Vorstoß der Russen abwehren zu können. Die zweite Frage ist die der Zeit. Wir sehen hier ein Bild des Besuches von Sergei Shoigui in Donbass bei den russischen Truppen. Auf diesem Bild ist interessant, wir sehen Gennady Sitko, das ist der zurzeit führende Kommandeur der russischen Truppen im Einsatz, der Nachfolger von Alexander Twornikov und er führt im Prinzip zwei Manövergruppen, einerseits geführt durch Alexander Lapin und Sergei Surovikin. Dieses Bild ist deswegen wichtig, denn es zeigt, dass die Russen eine klare Führungsstruktur haben. Einen Kommandant über alle russischen Truppen im Raum, beziehungsweise untergeordnete Kommandeure, einmal für den Donbass und einmal für den Süden und den Osten des Raums. Wenn die russischen Truppen, die jetzt vorfühlen in Richtung Westen, erkennen, dass die ukrainischen Streitkräfte keine durchgehende, gefestigte Verteidigungslinie haben, dann werden sie den Erfolg ausnützen und weiter Richtung Westen ansetzen. Das heißt, es kann also sein, dass es gar nicht zu einer operativen Pause kommt, sondern dass die Russen versuchen, den Erfolg der Schließung des Kessels weiter auszunützen. Die nächste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wo und wie erfolgt dieser Ansatz? Es kann also sein, dass es durchaus einen frontalen Ansatz gibt über diese zwei Verteidigungslinien, die wir vorher im Gelände angesprochen haben. Es kann aber auch sein, und es spricht einiges dafür, denn es gibt Berichte von Kräftezusammensiehungen im Raum nördlich des Donbass, dass man versucht, in der Tiefe diese Verteidigungslinien zu umfassen. Das wäre wieder ein weiter Stoß in die Tiefe, der natürlich das Problem mit sich bringt, möglicher offenen Flanken. Aber er würde, wenn die ukrainischen Streitkräfte tatsächlich geschwächt sind, den Russen die Möglichkeit geben, diese Operationsführung wesentlich zu verkürzen. Wie es tatsächlich sich darstellt, werden wir in den nächsten Tagen und Wochen erleben. Die letzte Frage, die wir uns stellen müssen, ist das Kräfteverhältnis, das ganz entscheidend ist für die Einsatzführung von beiden Seiten. Hier ist interessant, dass wenn wir uns auf diesem Bild ansehen, das Verhältnis sich immer mehr zugunsten der Russen verschiebt. Warum? Vor der Schlacht um den Donbass, also vor knapp zwei Monaten, beziehungsweise am Beginn des dritten Monats, also mit den Vorbereitungsmaßnahmen, war es so, dass die Ukraine ein Verhältnis hatte von ca. 81 Bataillons-Äquivalenten versus 93 auf der russischen Seite. Diese Zahlen sind im Detail von den Experten umstritten, aber das ist die Zahl, auf die man sich unisono zu diesem Zeitpunkt geeinigt hat. Jetzt sieht es so aus, als ob die russische Seite weiter verstärkt worden ist in den letzten Wochen um zumindest 15 bataillonstarktische Gruppen, während auf der anderen Seite die ukrainische Seite zunehmend abgenützt worden ist. Das heißt, wir haben also ein Verhältnis von 60 Bataillons-Äquivalenten zu 108 bataillonstarktischen Gruppen. Natürlich muss man berücksichtigen, dass beide Seiten Verluste erlitten haben und dass diese Bataillons-Äquivalente möglicherweise nicht die volle Stärke haben. Aber man sieht, dass die ukrainische Seite Schwierigkeiten hat, zusätzliche Kräfte heranzuführen und die russische Seite offensichtlich immer noch aus Russland Kräfte und nicht nur Material, sondern auch Personal nachschieben kann. Die Frage ist, die Waffensysteme, die bis jetzt geliefert worden sind, haben sie tatsächlich einen Effekt erzielt? Wir wissen, dass mechanisierte Kräfte, vor allem Kampfpanzer geliefert von Polen und Tschechien, man nimmt an, dass ca. 250 Stück jetzt insgesamt geliefert worden sind, tatsächlich auf dem Gefechtsfeld eingesetzt werden, jedoch auch erbeutet und zerstört werden. Interessanter ist der Einsatz der Artillerie. Hier wurden zwar nur wenige Systeme geliefert, aber man erkennt, dass vor allem der Einsatz des Systems Haimars, von dem sich zumindest vier schon im Raum befinden, aber auch der Einsatz der weitreichenden Panzerartillerie, wie zum Beispiel dieses polnische System Krab oder die deutsche Panzerabitze 2000, sehr wohl einen Effekt erzielen. Man erkennt es unter anderem daran, dass die deutsche Panzerabitze 2000 endphasengesteuerte Munition verschießt, wie dieses Smart 155, dieser wohl zu spektakulären Erfolgen beitragen kann. Besonders bemerkenswert ist der Einsatz des amerikanischen Haimars-Systemes. Dieses System ist ausgestattet mit einer speziellen Munitionssorte, die offensichtlich bereits erfolgreich vor allem gegen die russischen Munitionsdepots eingesetzt worden ist. Hier gibt es Indizien dafür, dass es zu Angriffen auf Munitionsdepots in Russland, aber auch in der Ukraine gekommen ist, zum Beispiel bei Molitopol. Auf diesen Bildern soll man erkennen, dass verschiedene Bestandteile eines bestimmten Raketentyps tatsächlich darauf hinweisen, dass das Haimars-System eingesetzt worden ist. Hier handelt es sich um das System M31A1 GMLRS, das also offensichtlich im Einsatz verwendet wird mit einer Reichweite von knapp 80 Kilometern, um diese russischen Munitionsdepots zu zerstören. Warum ist die Zerstörung der Munitionsdepots so wichtig? Weil damit die Fähigkeit der russischen Seite, diesen massiven Artillerieeinsatz weiter zu nähern, entsprechend verringert werden würde. Auf dem nächsten Video zeigen wir Ihnen ganz kurz die Auswirkungen eines derartigen Angriffes auf ein russisches Munitionsdepot. Was wir uns auch noch fragen müssen, ist die Frage der Abnutzung. Wir haben das in einigen Videos auch schon angesprochen. Das Problem ist, wir haben einerseits eine taktisch-operative Abnutzung auf dem Gefechtsfeld. Hier war lange Zeit im Unklaren, wie zum Beispiel die Verluste der Ukraine sich wirklich und tatsächlich darstellen. Und hier ist es bemerkenswert, dass einige hohe ukrainische Offiziere, unter anderem dieser Brigadegeneral vor kurzem zum Ausdruck gebracht haben, dass sie sehr wohl sehr schwere Verluste erlitten haben. Wir können das an seinen Zitaten erkennen. Also insgesamt 50 Prozent Verluste der Streitkräfte insgesamt. Über 1300 Schützenpanzer, 400 Panzer, 700 Artilleriesysteme. Er hat sogar ganz gezielt angesprochen die Wirkung des amerikanischen M777-Systems, wo er sagt, dass das Problem ist, dass die Batterie oft nur ein, zwei Schuss an den Verein bringt, dann aber sofort vom russischen Gegenfeuer beschossen wird und dass da zu Schäden kommt, die dazu führen, dass die Geschütze nicht mehr eingesetzt werden können und zurückgefährt werden müssen, zum Teil nach Polen, um dann dort wieder instand gesetzt zu werden. Das Zweite, viel wichtiger ist aber die strategische Abnutzung, der die Ukraine zu leiden hat. Auch hier hat der Präsident vor kurzem gesagt, am 9. Juni, und diese Zahl hat sich bereits erhöht, dass bis jetzt um die 2600 Marschflugkörper und balistische Raketen gegen Ziele in der Ukraine eingesetzt worden sind. Man sagt, dass viele dieser Raketen möglicherweise jetzt hier nicht treffen. Die Masse tut es, wie uns die Videos, die wir jeden Tag und jede Nacht sehen, zeigen. Und das Problem ist, dass die Ukraine hier natürlich massiv abgenutzt wird. Ein Beispiel für massive Luftangriffe haben wir gesehen am 25. auf den 26. Juni, wo aus Russland kommen vom belarussischen Staatsgebiet aus es zu massiven Einsatz von Marschflugkörpern in der Ukraine gekommen ist, unter anderem unter Verwendung dieser TU-22 Bomber, die hier Marschflugkörper in einer großen Entfernung gelöst haben, die dann Ziele in der Ukraine angetroffen haben. Solange die Ukraine keine Fliegerabwehr hat, kann sie sich effektiv gegen diese Angriffe nicht wehren. Kommen wir noch ganz kurz noch zu den vier Kernproblemen, die nach wie vor bestehen. Das erste Kernproblem haben die Ukrainer gelöst. Sie haben die Stadt Kiew, das politische und militärische Zentrum gehalten. Sie haben auch bis jetzt verhindern können, dass es zu einem Einsatz von der belarussischen Seite auf ukrainischem Staatsgebiet gekommen ist, was sie aber natürlich daran hindert, die Masse ihrer Kräfte im Osten einzusetzen, weil sie immer Kräfte bereithalten müssen in der Tiefe des Landes. Bis jetzt ungelöst sind beide Probleme im Süden und im Osten. Einmal die Problematik im Donbass, wo es jetzt gelungen ist, den Russen diesen 40 x 40 Kilometer Kessel einzudrücken und die Frage ist, ob sie weiter Richtung Westen antreten werden oder nicht. Und die Situation in Kherson, die sich verheerend darstellt, weil hier die Russen bereits geschafft haben, auf die andere Seite des Nepo überzugehen und theoretisch somit die Möglichkeit haben, im Frühjahr, also nach dem Winter, von hier aus nach Odessa oder in das Zentrale, in den zentralen Raum der Ukraine vorzustoßen. Das erscheint momentan unwahrscheinlich, kann sich aber natürlich in einigen Monaten ändern, vor allem in der Zeit des Winters, wo die Ukraine gefordert ist, den Winter zu überleben, während die russische Seite sich konsolidieren kann. Schauen wir uns ganz kurz die oberten Gebiete an. So erkennen wir, dass der Oblast Kherson zu 94 Prozent in Hand der Russen ist. Mikolaiv ist mit Masse noch in Hand der Ukrainer. In Saporoschia sind 75 Prozent des Oblasts in russischer Hand. Im Scharkiv 67 Prozent in ukrainischer Hand, während in Lohansk vor kurzem verkündet worden ist, vor einigen Tagen die zu 100-prozentige Einnahme dieses Oblasts. Es scheint also daher logisch zu sein, dass das nächste Ziel der Russen sein wird, auch den zweiten Oblast, nämlich Donetsk, einzunehmen. Und hier sehen wir, dass noch circa 46 Prozent des Gebietes fehlen im Donbass, um diesen Oblast zur Gänze aus russischer Diktion befreien zu können. Die Frage ist also, wie wird sich die Front in den nächsten Wochen und Monaten darstellen? Und es scheint sehr wahrscheinlich, dass vor allem der Donbass, aber auch der Raum Kherson eine entsprechende Bedeutung haben wird. Der Winter hat eine ganz wichtige Bedeutung, denn bis zum Ende des Sommers werden beide Seiten versuchen, auf dem Gefechtsfeld eine Entscheidung zu ihrem Gunsten herbeizuführen. Wenn das nicht gelingt, kommt der Winter. Der Winter wird die Kampfhandlungen zum Erliegen bringen. Das Problem der Ukraine wird sein, dass sie vor allem mit ihrer Bevölkerung den Winter überleben muss. 35 Millionen Ukrainer müssen durch den Winter gebracht werden. Das Problem ist, dass durch die Besitznahme von 24 Prozent des Staatsgebiets durch die Russen bereits 80 Prozent der Wertschöpfung sich in russischer Hand befindet. Wenn es die Russen tatsächlich schaffen sollten, im Sommer des nächsten Jahres oder im Frühjahr Richtung Odessa anzutreten, wäre diese Zahl sogar noch höher, circa 90 bis 95 Prozent. Auch die Weizenangauer Gebiete und hier auch zum Beispiel der Winterweizen befinden sich mit Masse im Süden und im Osten des Landes. Der Weizenexport war zu 45 Prozent für das ukrainische BIP verantwortlich. Das heißt, die Ukraine hat das Problem, dass sie ohne massive Unterstützung des Westens nicht den Winter übersteht, aber auch nicht in der Lage ist, weiter den Kampf gegen Russland zu führen. Unsere Präsentationen sind so objektiv wie möglich. Eine objektive Bewertung ist die Grundlage jedes klaren Lagebildes. Heute, am Ende, möchte ich eine Ausnahme machen. Letztes Jahr hatte ich die Ehre, das österreichische Kontingent im Kosovo als Kontingenzkommandant führen zu dürfen. In meiner internationalen Funktion war ich im Rahmen der NATO geführten Mission CAFOR der Kommandant der Joint Logistics Support Group. In dieser Funktion hatte ich auch 50 ukrainische Soldaten unter meinem Kommando, darunter drei Offiziere. Einer dieser drei Offiziere, ein treuer Kamerad und guter Freund, Krille Hubernov, ist im Alter von 26 Jahren am 10. Juni im Rahmen der Schlacht von Donbass gefallen. An dieser Stelle schlägt die Freundschaft die Neutralität und es ist mir ein persönliches Anliegen, seiner Person zu gedenken und ihm zu seiner Ehren dieses Bild zu zeigen. Damit bin ich am Ende meiner Präsentation und sage auf Wiederschauen. Steiner Schausbrunn Seine Schbalance